So, liebe Freunde, wir schauen uns jetzt ein erneutes Video zu C-Max an. C-Max ist ja, tja, das ist ein sehr moralisch gut vertretener Kerl. Ja, ich inspiriere mich auch gern von ihm, was die Videos angeht. Er ist nämlich ein toller Content Creator. C-Max, du alter Schlawiner heißt das Video. Let's go. Das ist jetzt C-Max oder KuchenTV, aber bevor wir starten, habe ich noch eine traurige Meldung. Dieser kleine Babyhund hat keine Familie und Freunde. Du kannst ihm helfen, indem du ein Abo und Like da lässt. Wenn du kein Abo und Like da lässt, dann wirst du für die nächsten zehn Jahre nur noch Pech in deinem Leben haben. Also lass unbedingt jetzt ein Abo und Like da. Ich kann euch das Video direkt wieder beenden. Was ist das? Der hat zu viel Marine Reserve geschaut. Die haben das damals auch immer gemacht. Please get weird. Danke für den Satz. Ey, hat der zu viel irgendwie am Klebestift geschnüffelt? Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, aber bitte lasst ein Abo da, sonst muss dieser Hund leider sterben. Und ansonsten, wenn ihr kein Abo da gelassen habt oder Like da gelassen habt, dann, ja, keine Ahnung, dann wird wahrscheinlich jeder Hund draufgehen. Ihr seid dran verantwortlich und dann werdet ihr auch irgendwann aufgrund von Unglück sterben. Danke für dein Abo und Like. Du wirst jetzt die nächsten zehn Jahre in deinem Leben nur noch Glück haben. Zum Glück hasse ich Hunde. Ich habe einfach gar nichts davon gemacht. Wisst ihr, als Manusblogger ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du keine Themen hast, du einfach auf den Kanal von Siemex gehen musst, um Inhalt für zehn Videos zu haben. Dabei ist das letzte Video über Siemex gar nicht... Ist das, hat er, ist das das Logo von Philipp Plein? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Philipp Plein, der habe ich jetzt schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Sympathischer Typ, okay, er macht sein Zeug, zielstrebig und so weiter, hat alles erreicht. Aber diese, seine Marke ist, also wirklich, ich finde wirklich Philipp Plein, die Mode ist gar nicht mein Geschmack, um das jetzt einfach mal ganz nett auszudrücken. Nicht so lange her, gerade mal eineinhalb Monate. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was hatten der in der kurzen Zeit schon wieder alles gemacht? Damals ging es auf jeden Fall um zwei Punkte. Auf der einen Seite hat er die ganze Zeit versucht, in Videos seine Ex-Freundin mit in die Videos einzubauen, um mehr Klicks zu machen. Dabei hat er ihre Namen genutzt, hat Fake-Anrufe gemacht, hat auch einfach ihre Bilder von Onlyfans und andere Aufnahmen in den Thumbnaits und so weiter benutzt, wofür er gar nicht die Berechtigung hatte und wurde dann von Ellie in zwei Videos komplett auseinandergenommen. Bevor das Video startet, aber kurz eine Meldung vom Sponsor des heutigen Videos, World of Tanks Blitz. Das ist ein legendärer MMO-Shooter, wo ihr in spannenden 7 vs. 7 Kämpfen heftige Panzerschlachten erleben könnt. Entdeckt eines von über 400 historischen und einzigartigen Fahrzeugen. Nimm jetzt ein Fahrzeug und nimm an der Schlacht teil. Mit mehr als 140 Millionen Spielern... Skipp den Müll. Alter, ich wollte jetzt einfach provokant das Zeug weiterlaufen lassen. Leute, checkt den Barcode ab und dann geht's los. Liebe Freunde, ganz wichtig. Ja, komm, wir gehen weg von World of Tanks. Aber World of Tanks ist voll stabil hier. Aber er hat hier einen anderen... Guck mal, er hat hier einen Pullover-Switch gemacht. Als hätte er das Placement an einem anderen Zeitpunkt aufgenommen. Ich glaub's ja wohl nicht. Und jetzt viel Spaß beim Video. Die viel schlimmere Sache ist allerdings, dass sich seine jetzige Freundin komplett für Klicks in Thumbnails und Videos... Man hat richtig viel Ausschnitt gesehen. Man hat ihren Hintern gesehen. Es war ganz klar, auf was der Fokus in den Videos gelegt worden ist. Das Ganze hat dann dafür gesorgt, dass er sehr krass kritisiert worden ist. Und Siemex hat mal wieder ein typisches Es reicht Video hochgeladen, wo er folgendes gesagt hat. Man ist auch mittlerweile einfach nur noch müde davon. Wirklich. Von solchen Es reicht Videos und Statements und so. Man ist müde und nur noch traurig, weil du weißt, du wirst... Er würde halt jetzt ein Video machen, sich eh nicht mehr dran halten. Und du weißt, das ist einfach eine Zeitverschwendung, das überhaupt noch anzugucken. Die ganze Sache eigentlich nichts zu tun hatte, in Schutz nehmen. Und zwar meine Freundin Selina. Ich habe sie dazu überredet, Clickbait-Content, hinter dem sie nicht steht, mit mir zu machen. Sie dazu überredet, dass sie sich für Thumbnails auszieht, dass die Videos mehr Klicks und Geld generieren. Er verlinkt aber dann genau die Videos in der Beschreibung, über die er sich gerade beschwert. Sehr gut gemacht. Dieses Video ist komischerweise auf seinem Kanal gar nicht mehr verfügbar. Das Ganze hat aber wahrscheinlich auch einen Grund. Nachdem er dieses Video hochgeladen hat, hat er tatsächlich es für drei Wochen geschafft, mal normaleren Content hochzuladen. Und das hat man auch an den Klicks gesehen. Viele Videos, wie zum Beispiel die beiden hier, haben nicht mal ansatzweise die... Ja. Ja. Aber das kommt davon, wenn man sich eigentlich die ganze Zeit nur zum Hampeln macht mit seinem Content. ...10.000 Aufrufe erreicht. Was macht man also, wenn der Kanal nicht mehr läuft und man genau weiß, wie man Klicks macht? Richtig, man macht genauso weiter wie vorher. Ausschnitt, 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 Ausschnitt und 18+. Ja, das siehst du auch. Jedes Video hat auf einmal mehr Aufrufe. Ausschnitt und 18+, Ausschnitt und 18+. Das Traurige ist, dass anscheinend der Ausschnitt seiner Freundin nicht mal mehr reicht. Noch mehr Ausschnitte, noch mehr Ausschnitte, Ausschnitte, die gar nicht mehr von seiner Freundin sind. Also das blicke ich bei Siemex halt wirklich nicht. Es hat halt Realtalk einfach vier Wochen gedauert, bis er wieder das macht, wofür er sich gerade erst entschuldigt. Und das ist noch die beste Zeit. Der hat auch schon ein Entschuldigungsvideo gemacht bei Monte und sowas. Und hat drei Tage später oder drei Videos später genau den gleichen Schrott wieder hochgeladen. Also dementsprechend ist vier Wochen Respekt. Das ist richtig stark für Siemex. Also das ist man eigentlich nicht von ihm gewohnt. Das ist schon gut. Und in diesem Statement hat er sogar weinen. Und hat sich acht Minuten bei seiner Freundin entschuldigt, um dann wieder genau das gleiche zu machen. Wenn ihr jetzt allerdings glaubt, dass der Content in irgendeiner Art und Weise wenigstens inhaltlich besser geworden ist, dann liegt ihr falsch. Es ist sogar eher das Gegenteil. Es ist halt noch inhaltsloser geworden. Er hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Meine neue Freundin. Und man muss ja einfach mal sagen, dass Hollywood-Filme einfach einpacken können. Dieser Film hat mindestens drei Oscar verdient. Erstens, der Oscar für den besten Hauptdarsteller an Siemex. Hast du eigentlich das Video gesehen, wo Leni mit Ada Schluss gemacht hat? Nee. Okay, ja. Wieso? Also, ja okay, gut. Sie hat es noch nicht gesehen zum Glück, okay. Wow, diese Emotion, diese Leidenschaft, die er einfach darin einbringt, ist einfach heftig. Der zweite Oscar für die beste Schauspielerin geht natürlich eindeutig an seine Freundin. Ich will jetzt nicht, dass die ganze Runde da durch... Wieso, wegen was denn? So, erzähl mir halt, was ist los? Boah, Leni sollen wir es ihr sagen? Ja, ich bin verwirrt. Was ist los? Ich bin gerade konzentriert gewesen. Plötzlich ihr kommt mit denen was erzählen. Boah, ich kaufe ihr da... Was ist denn hier los? Warum sitzen die denn eigentlich nicht ne... Die sitzen doch immer nebeneinander. Hä? Die sind ja gar nicht im gleichen Raum. Was ist denn hier los? Sind die nicht mehr... Wohnen die nicht mehr zusammen? Wohnen die nicht zusammen? War das nicht immer bei Siemex eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass die... Dass die weibliche... Dass die weibliche Person auch immer direkt noch neben ihm sitzt. Dass er noch ein bisschen drauf geiern kann und so. Und sagen kann, ja, also... Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr noch weniger an die Sachen sehen wollt, ne? Also, wenn ihr noch ein bisschen nackteres sehen wollt, dann liked gern den... Dann lässt gern einen Daumen nach oben da, ne? Dann seht ihr die auch. Ich bin gerade konzentriert gewesen und plötzlich ihr kommt mit denen was erzählen. Boah, ich kaufe ihr das fast ab, dass das nicht komplett gefakt ist. Richtig, richtig gut. Und der dritte Oscar geht einfach an das Video an sich für die beste Handlung in einem Film. Schau mal, ich muss jetzt wirklich Klartext mit dir reden. Was denn? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, so... Aber Leni ist meine neue Freundin. Was? Also, sind wir jetzt bei Temptation Island oder was? Ich habe zwei Freunde. Okay, nein, Spaß. Das mit, das mit, dass die beiden Freundinnen ist, war nur Spaß. Ich wollte... Also, ich finde es halt auch einfach gar nicht lustig, ne? Also, kurz wollte ich erst sagen, das ist ein übelster Birner gerade gewesen, aber das war gar nicht lustig. Einfach nur deine Reaction sehen. Was ist lustig? Digga, es ist wirklich unfassbar. Das macht mich eifersprachlos. Du willst deine Freundin pranken damit, dass du mit irgendeiner anderen Fortnite-YouTuberin oder so random zusammen bist, die sich gerade getrennt hat, aber ihr habt euch in der Zeit anscheinend ja nicht ein einziges Mal getroffen. Dann sagst du ihr, dass du jetzt mit ihr zusammen bist, möchtest ihre Reaktion sehen und vier Sekunden später löst du das Ganze auf. Ja, Bro, wann soll denn da eine Reaktion kommen? Ja, wie er es ja schon erzählt hat, war ja schon unglaubwürdig, ne? Ihr hättet auch gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Und das ist halt wirklich der Inhalt von dem Video. Danach zocken die halt zu dritt einfach die Runde fertig. Ja, aber stell dir mal vor, ihr meint das wirklich ernst. Stell dir mal vor, ihr hättet das jetzt wirklich ernst gemeint. Also, jetzt mal... Jetzt nur mal das Beispiel. Stell dir vor, er sagt wirklich in einem Video. Ich traue C-Max das by the way zu, weil ich denke, er ist wirklich nicht ganz so intelligent. Er macht ein Video mit seiner Freundin und sagt dann dort, ey, pass mal auf, ich habe noch eine Freundin. Was sagst du dazu? Und das ist meiner völlig ernst. Was machst du dann eigentlich als Partnerin? Was passiert? Das ist ja eine gute Reaktion. Wenn es mal real gewesen wäre, aber C-Max, du bist einfach viel zu lustig dafür. Und das war das Video. Junge, der verdient damit... Ja, ich auch. Stell dir vor, sie sagt einfach, bei mir genau das Gleiche. Also, tot ernst. ...hät ja wirklich tausende Euros, ne? So ein Mike, danke schön. ...die auch unbedingt bei meinem Gameplay-Kanal irgendwie aktiv führen. Vor allem fagst du deine Videos ja eh. Warum machst du das Ganze nicht ein bisschen durchdachter? Du hättest dir wirklich zwei Minuten Zeit nehmen müssen. Man hätte das ja wirklich aufbauen können. So, ey, yo, Mann, ich liebe dich, aber bro, weißt du, ja, die zockt vor da ein bisschen besser als du und ich habe ein Hasseltattoo auf dem Hals, deswegen, ja, bro, ich möchte jetzt mit dir zusammen sein, bro, ich mache Schluss. Jetzt verpiss dich bitte, das ist meine Wohnung. Was ich bei C-Max aber tatsächlich sehr, sehr cool finde, er geht offen damit um, dass er anscheinend sein Geschlecht anpassen möchte. Denn in der Beschreibung von diesem Video ist der Kanal von Lara verlinkt. Wenn man da draufklickt, kommt man allerdings zu einem Kanal von C-Max. Also sollen wir dich ab jetzt anscheinend Lara nennen. Ich weiß nicht wer, als ich im Urlaub war, Alphastein auf mein Auto geschrieben hat. Und ich weiß immer noch nicht, da hat sich immer noch niemand gemeldet, der, wer auch immer das war, ja, ich habe mein Auto scheinbar gerade an der, das war bei der Ostsee, ähm, in Brora war das. Da habe ich mein Auto geparkt, bin ins Hotel rein, habe dort meine Sachen hingeräumt, bin wieder zum Auto zurück und dann stand dort Alphastein auf meinem Kofferraum. Nichts erkratzt, nee, nee, alles gut. Da stand einfach Alphastein drauf. Nichts erkratzt, er hat es einfach draufgeschrieben mit dem Finger, wie man es halt so kennt. Einfach Alphastein. Und bis jetzt war das die ganze Zeit da drauf. Es ist nicht normal. Ich weiß aber noch nicht, wer das war. Leute, meldet euch. Das ist in Ordnung für mich. Das kann nicht sein. Ich finde das leid, dass du damit offen umgehst. Ein weiteres Video, wo ich wirklich einfach langsam sprachlos bin, ist, wir beantworten... Also dein Auto war dreckig. Ja, das streite ich nicht ab. Tiefgründige Fragen. In Klammern, emotional. Gut, dann bin ich ja mal auf diese tiefgründigen Fragen gespannt. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte? Wow, das ist so unfassbar tiefgründig. Wirklich, also... Ihr Ausschnitt ist tiefgründig, aber das war's dann leider auch. Naja, halt einfach dein Maul. Aber gut, vielleicht werden ja die anderen Fragen ein bisschen besser. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm? Ja, wie ihr euch denken könnt, das ganze Video, kommen nur solche Fragen und auch das ist wieder eine Sache, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, du suchst die Fragen ja vorher raus. Logischerweise. Dann such doch tatsächlich minimal tiefgründige Fragen raus. So, was soll das? Also, es wäre jetzt ja auch nicht schwierig gewesen, das tatsächlich so umzusetzen, wie es im Titel steht. Und jetzt mal wirklich ein paar Worte an die Freundin von Lara. Ja, Berliner, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist sehr, sehr unangenehm. Sowas, ah, die tut mir leid. Jetzt mal wirklich Real Talk. Als vor eineinhalb Monaten der ganze Streit mit Lara und seiner Ex und so weiter gewesen ist... Ist das die Schwester von Sarah und Tamara hier? Um welche... Lara, was ist das... Von... Das ist die Freundin von Reason oder wie auch immer. Ich verstehe das nicht, Lara einfach. ... hat Elisabeth Sanchez mit denen telefoniert und sie hat selber in Videos gesagt, dass die jetzige Freundin von Lara das Ganze auch eingesehen hat. Sie hat gesagt, ja, ich wurde benutzt für Content und ich muss hier Hausschnitt zeigen und jetzt... Timo, zensier das fort bitte, sonst wird das Video gelb. Und wenige Wochen später, nachdem sich Lara entschuldigt hat und seine Freundin das ja anscheinend gar nicht wollte, machen die wieder das Gleiche. Bro, also ich meine, wenigstens haben sich da zwei Personen gefunden, ne? Aber ich verstehe es einfach nicht. Wie wenig Selbstachtung kannst du als Frau bitte haben? Na gut, Just Nero hat ja auch eine Freundin, ne? Auch andere Videos sind irgendwie halt super weird. Beispielsweise Flakes klärt meine Freundin. Das sieht... Warte, 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 warte. Ich hab grad den... Der Front zu Just Nero ist mir grad so ein bisschen flöten gegangen. Wie wenig Selbstachtung kannst du als Frau bitte haben? Na gut, Just Nero hat ja auch eine Freundin, ne? Tja, Just Nero. Huiuiuiui. Was ist denn jetzt los? Warte, Just Nero. Ist Just Nero hier grad im Stream? Weiß nicht, vielleicht kommt ja noch eine Sprachnachricht. Auch andere Videos sind irgendwie halt super weird. Beispielsweise... Mies gefreundet einfach. Flakes klärt meine Freundin. Das sieht ungefähr so aus. Wenn du das machst... Hahaha. Bro. Was soll das? Was machst du da? Ist das dein Ernst? Das ist doch nur Fortnite, babe. Selina, jetzt... Er gibt dir seine Banane. Dann umarmt er dich. Du lebst auch noch seine Banane. Also, erstmal abgesehen davon, dass ich das... Hallo, komm. Komm. Guck mal, das ist hier Simaxe-Niveau. Ist das noch das Lustigste gewesen? Ganz einfach mega... Der wirft... Der wirft als Item ne Banane... Der wirft als Item ne Banane hin und rastet aus. Aber du nimmst die Banane von ihm. Was du im Armstien. Oh mein Gott, das ist ja ganz furchtbar. Ungangenehm finde, aber gut, ich zock... Gott. Gott, ich kann das nicht mehr. Wirklich. Das ist es einfach. Kein Fortnite. Wie muss ich mir bitte die Absprache vorstellen? Hey, Flakes, was geht? Hättest du zufällig Lust, meine Freunde für ein Video zu klären, während ich dabei bin? Sein Content ist halt wirklich einfach sehr inhaltslos geworden. Ey, aber was ist mit Flakes los, was der das Zeug mitmacht? Er hat auch ein Video hochgeladen. Ex-Freundin muss sich ausziehen. Glücksrad-Challenge. Und die Challenges sind halt wirklich so heftig, wie es im Titel steht. Dich als erstes für dich, denn deine erste Aufgabe ist, du musst bis zum nächsten Kill ohne Pump spielen. Oh mein Gott. Unangenehm. Unangenehm ohne Pump zu spielen. Ei, ei, ei. Oh, das ist cringe. Sie muss ohne Pump gun spielen bis zum nächsten Kill. Junge, das ist so, das ist so heftig. Das ist so krank. Aber, Junge, krank. Ich hatte halt Realtalk das Gefühl, dass der Inhalt von C-Max nicht noch weniger wäre. Das ist wirklich unangenehm. Also ohne Pump zu spielen, ich finde schon, dann macht es euch nicht beliebt. Aber er toppt es einfach immer wieder. Er hat auch ein Video gemacht, worauf stehen Fortnite-Kiddies bei Mädchen. Straßenumfrage. Und es ist natürlich keine Straßenumfrage, er zockt halt einfach vor. Was? Was? Hä? Du schreibst in den Titel Straßenumfrage und es ist keine Straßenumfrage. Ich frage mich, wie schafft man das, mit gutem Gewissen so hochzuladen? Fortnite mit Randoms und ja, die fragt er dazu. Aber warum schreibst du dann Straßenumfrage in den Titel? Lass das doch weg, du läufst doch gar nicht draußen rum. Eigentlich habe ich ja die ganze Zeit gesagt, dass C-Max sich einfach mal hinsetzen sollte. Naja, gut, pass auf. Vielleicht hat er ja in Fortnite, auf der Straße in Fortnite, Leute getroffen und hat dann dort eine Umfrage gestartet. Genau, eine Fortnite-Straßenumfrage. Leute. Mit Köpfchen, mit Köpfchen. Er macht es schlau. Und vernünftigen Content machen muss und dann kommt er vielleicht wieder hoch. Aber Realtalk, ich würde das Ganze revidieren. Ich glaube, C-Max ist in seinem Content einfach gefangen. Er kann nichts anderes machen. Das sieht man an den Klicks und so weiter. Er ist so heftig von YouTube runtergezogen worden, was diesen Clickbait-Content angeht. Dass seine Zuschauer gar keine normalen Videos mehr sehen wollen. Ich meine, seine Videos werden alle extrem gedisliked und so. Aber diejenigen, die noch da sind, klicken halt nur drauf, eben weil er das macht. Er hat weder Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben, noch vernünftigen Content zu bringen, weil er genau weiß, dass das einfach keine Klicks mehr bekommt. Die Videos werden halt wirklich immer inhaltsloser, wie ich euch hier ja auch zeigen konnte. Und ich glaube, das liegt daran, dass er sehr... Also das, was ich bisher gesehen habe, ohne Witz, war bisher das Beste von C-Max überhaupt. Sonst cringe, aber mittlerweile, der hat sich echt gemacht, der Junge. Er war einfach kein Spaß mehr daran hat. Er macht YouTube nicht als Leidenschaft, weil er das fühlt oder weil er Bock hat, sondern weil das einfach seine Haupteinnahmequelle und sein Job ist. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt für immer genauso weiterläuft. Das machst du vielleicht noch ein paar Jahre. Vielleicht mit ganz, 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 ganz viel Glück läuft es vielleicht nochmal ein Stück besser. Aber ich glaube, die Talfahrt wird noch schlimmer, als so manche Flugzeugabstürze. Was kann ich abschließend dazu sagen? Bro, du tust mir wirklich einfach leid. Du tust mir wirklich einfach leid. Und dann drehe ich am Freitag noch einen Kaffee und Kuchen mit deiner Ex-Freundin. Das wird, das wird hart. Und vielleicht drehen wir noch was für den Onlyfans. Okay, thanks, bye. Eieieiei, okay, da bin ich gespannt. Da kommt scheinbar ein Kaffee und Kuchen auf uns zu. Ja, aber interessant, siehste, wusste ich nicht. Bin gespannt, was da noch so kommt. Eie, Saufuck. Was sieht man jetzt wie ein Saufuckcharakter? Ja, aber so einer, der es nie lernt. Der immer dumm bleibt, so immer gleich dumm bleibt. Der will es einfach nicht checken. Das tut echt weh. Der hat jetzt so viele Statements schon aufgenommen und hat sich nie dran gehalten. Das ist crazy. Anni, ich grüße dich, auch Amari. Schön, dass ihr da seid. Oh, haha. Ne, was? Hast du bei C-Max Kanalmitglied? Ja, natürlich bin ich Kanalmitglied. Ja, ich verfolge jedes Video von ihm. Ich bin sein größter Fan. Kannst du gar nicht ausmalen. C-Max ist wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Content-Creator und Creatorin. Es ist Wahnsinn. Die guten alten Zeiten. Wir machen 20 Kills im Duo Cup. Die fampnen es auch einfach, ne? Und? Silly. So. So war ja klar. Natürlich macht die mit YouTube jetzt auch Zeug. Wäre ja auch Quatsch. Warum sollte man sonst den ganzen Scheiß auf Krampf mitmachen, ne? Sie wollte ja nie so dargestellt werden. Auf einmal packt sie sich selber mit übelstem Ausschnitt ins Thumbnail. Ja, Selina. Das ist natürlich, das ist eine sehr gerade Person, diese Frau. Unglaublich, ne? Dass sie sich da nicht, dass sie sich da nicht irgendwie ein bisschen schämt oder so, ne? Dafür, dass sie einem erzählt hat, dass sie das ja nie wollte. Und C-Max hat sie so getrunken eher so, oder getränkt eher so, im Video mit dabei zu sein, so freizügig und so. Ne? Und auf einmal macht sie doch den ganzen Scheiß selber. Das ist doch einfach nur Quatsch. Da merkst du, da ist halt... Da sind ja die Klicks wichtiger, als das, was man da sagt. Ne? Oder wohin der Mann steht. Dein nächstes Video auch mit Ausschnitt, definitiv. Sie wollte das als ganz genauer. Ja, sie wollte das nicht. Meine Güte. Das ist so erbärmlich. Ich sag's euch ehrlich. Das ist so erbärmlich. Weißt du? Ey, die Situation rund um C-Max, ne? Ich hab ein Video gemacht. Vor allem davor hatte sogar Kaiser mal ein Video gemacht, glaube ich, oder? Das hat aber irgendwie... Das hat C-Max nicht so interessiert. Dann hab ich ein Video gemacht zu C-Max. Da ging's aber um eine andere Thematik noch, oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaub, es ging um was anderes. Dann hab ich... Ne, wir haben gleichzeitig das Video online gebracht. Oder relativ zeitnah, ne? Ich glaube, das war auch nicht abgesprochen. Aber wir beide hatten wieder mal dieselbe Idee. Und er hat sein Video rausgebracht. Da ist noch nichts passiert. Dann hab ich mal ein Video rausgebracht. Auf einmal so übelstes Theater. C-Max schreibt mir auf Instagram. C-Max frontet mich erstmal noch auf YouTube. Dann Selina schaltet sich mit ein. Auf einmal übelste Diskussion. Elisabeth Sanchez. Ellis Mom hat sich noch mit eingeschalten. Auf einmal war der Bruder von... Ähm... Der Bruder von... Von Elli war, glaube ich, noch mit drin. Äh, hier... Ich glaub, da hieß Stefan oder so. War hier noch mit im Stream drin. Ey, das war so krank. Ist auch so krank. Ey, ich dachte mir auch so, was ist denn hier los? Und... Dann hab ich so gesprochen. Und so die Freundin von C-Max... Also die jetzige Freundin, die Selina... So, ja, nee... Ja, ich hab C-Max schon gesagt, dass er das rausnehmen soll. Ne, meine... Die Thumbnails und so. Das ist... So will ich nicht dargestellt werden. Er hat das aber nicht gemacht und sowas. Und bla, bla, blie, blub, blub. Und jetzt seh ich, dass sie sich selber so präsentiert. Wo ich mir so denk, alter... Also da merkst du doch, dass es nur aufgrund der Klicks so ist. Ne, nur Klicks, Geld, Fame. Alles nur durch Klicks, Geld, Fame. Und dann fragt ihr euch, warum man euch kritisiert. Das ist einfach peinlich. Ne, sie findet C-Max selber peinlich. Macht aber den gleichen Scheiß mit. Also brauchst du dich nicht wundern, wenn sie ebenfalls genauso peinlich dargestellt wird. Das ist einfach... Ist so ein Quatsch. Das ist einfach richtig traurig. So, als ob das bei denen... Also jetzt mal ganz ehrlich, ne. Ich urteile echt sehr ungern darüber, ob jemand... Jemand liebt oder nicht liebt oder was weiß ich. Ne, ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Aber es ist doch alles aufgebaut auf Fame. Guck mal, C-Max nutzt seine Freundin jetzt schon die ganze Zeit aus, um mehr Klicks zu machen. Sie nutzt die Situation aus, um ihren YouTube-Kanal auf Fotomann zu bringen, um mehr Fame zu bekommen. Warum auch immer. Und am Ende des Tages wird es wieder einen Streit geben. Die sind getrennt und jeder geht seine Wege. Und das war's. Ja, und am lustigsten würde ich es finden, wenn einfach C-Max die Macht über den Kanal von Selina hat. Und wenn die dann getrennt sind, sagt dann C-Max, Oh ne, hier komm, ich lösche einfach deinen Kanal, wie ich es bei Elisabeth schon gemacht habe. Yeah!